ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich hab's nicht gesehen. Wow! Den hole ich! Schnapp einen! Oh nein. Komm, wir boxen uns! Nee, du machst gar nix mehr, ey! Dirty, Juni! Ja, weiter, weiter! Oh! Mit Schossengewalt können sie mich stoppen, ey. Ich hab ihm im Po geschossen. Moment, das mit der Preparing 1 ist scheiße! Wieso? Eins gleich? Eins gleich. Nein! Es ist kaputt. Das Problem ist, wenn einer einen Fade hat... Stirbt er doch in der Runde, stimmt. Ja, dann ohne Fade. Nee, wir haben jetzt 10 Sekunden, ne? Ist das schon geändert? Ja, aber reichen 10 Sekunden? Ja, eigentlich schon. Vielleicht trifft ihr ein. Ich kauf mal einen Fade gleich. Ja, ich bin ich schon wieder... Fisk, ich hab... Fisk hat mich gehauen, Mann! Alter! Jetzt der Tod! Was ist... Goro! Wir haben ihn... Was ist los mit dem? Er haut einfach auf die Kerke... ...Kundenweil. Der richtig ist... ...Kundweil. Ja, ich hab auf ihn geschossen. Ja, ich bin aber Dete. Hä? Moment. Ich hab... Ich hab auch drauf... Ja, Kundweil muss es sein. Du bist der Einzige, der oben gewesen ist. Und du dann? Dete kauf eine Golddiegel. Ey, du hast mir... Wart ihr das? Wo ist er? Hä? Du hast mich doch gesehen, wo ich bin! Aber kann ja auch trotzdem jemand von unten gewesen sein. Nein, wir haben drauf geschossen! Ich bin fast tot! Ich bin fast... Ja, Dalo, okay. Tatsächlich ist es. Geschenk für dich! Alter! Hallo! Nein! Nice! Oh, ein Bloody Knife hat er gehabt. Hui! Ja, aber ich kam ja zu meinem Goro ja einen Aufstand im Knast. Wegen der Seife, ne? Goro spielt zu viel Prison Architect momentan. Ja, bei ihm läuft das immer so. Die Leute ballern direkt. Direkt? Oh, ich glaube, 10 Sekunden ist echt ein bisschen knapp für ein Fate, ey. Gar nicht. Dann einfach No Fate-Rino. No Fate-Rino. No Fate-Rino. No Fate, aber den Autobite muss ich rauskommen. Autoboy! Frau Goro ist laut. Man nennt ihn nicht Goro Boy, sondern Autoboy! Autoboy! Man nennt ihn Goro Boy. Ey schon wieder... Den bin ich tätig und trotzdem fecht. Kommt man da jetzt irgendwie oben rein, ohne zu sterben? Wollt ihr machen? Mich anzeigen? mhm... Ich bin der hat schließlich das gesetzt. Anzeige ist raus! Anzeige ist raus! Anzeige ist angekommen, ey, wird nicht bearbeitet. Deck der Tapes. Ich wurde... Was wurde so... Los! Sprengt ihn, Traitor! Sprengt ihn, der da oben drin ist! Nein, ich spreng die nicht! Sprengt ihn! Hä, Dalu? War das ein Baby? Ich seh schon tote Babys Ich bin echt daneben schon Hä? Julie, Hilfe! Was ist hier mit dem Detail? Wissen ich. Irgendwo schießts. Ach du schießt auf mich? Nein. Da oben war das. Guck hoch. Da! Warte, warte, warte noch! Julie kriegt ein Knastbaby verpasst. Du bist so gemein! Hallo! Lauf, Julie! Was meint ihr eigentlich? Und Nephi auch nicht. Ja und Nephi auch nicht, ey. Ich hab das Baby befreit. Das ist draußen. Also wenn Julie direkt eskalieren würde jedes Mal. Ja, dann wären wir alle tot, ey. Die zwei Das Baby auf Botscha war gut, ey. Ich hab dich mit zwei Wurfstern abgeworfen. Was glaubst du, was das für eine Präzision ist? Ich hab auch ein sehr gut ausgepresstes Baby rausgeschossen, ey. Kunrad hat am Anfang auch einen bekommen. Ich bin die ins Gesicht gespürt. Dalu weißt genau, auf welchem Tisch die die liegt, ey. Welchem denn? Mit den drei Bänken. Ja, okay. Ja, hinter mir schon. Hä? Nee, diesmal will ich das nicht. Wow, Dalu hat auf mich geschossen! Auf 63! 63. 360. Nein, 63. 63? Womit hab ich das verdient? Der war inno, Mensch. Ja, aber womit hab ich das verdient gehabt? Keine Ahnung. Ich will geheilt werden, Julie. Ich will geheilt werden. Was? Was ist, wenn Bots da zuerst auf Dalu geschossen hat? Och, Mann. Ja, töte mich, komm. Oh! Gott. Boah, hab ich mich erschrocken. Wer ist es jetzt? Fisk. Fisk. Nee, Fisk ist tot, oder? Nee, Fisk ist nicht tot. Wo hat Fisk gemacht? Nein, ich hab ihn nicht getötet. Natürlich hast du ihn getötet. Nein. Wer hat da oben das Baby auf mich geworfen? Hätte ich gar nichts an. Fisk. Fisk. Nice. Rance. Nice. Sehr gut. Go, go, Conan Ranger. Los, Conan! Wow. Also wir machen ja ohne Fade, ne? Ja. Dauern dir die 10 Sekunden auch noch zu lang, oder was? Na ja, wenn wir die eh ohne Fade machen, ist ja egal. Den kann man ja. Mhm. Gerade Fade kommt. Dann passiert das alles immer so schplötzig, ey. Ja, aber man kann auch ... Oh Gott, das bleibt nicht! Juhu! Nein, Goro, du hast mir das ... Oh, Frenzy! Scheuer! Wer kauft denn so schnell? Autobuy, das ist Goro, Goro! Was denn? Ja, ich musste von Fade ... Und da geht nur F ... Autobuy! Ist ja getriggert auf F. Welcher Debs hat sich ... Boah, mit der Debs hat sich aber auch schnell geredet mit dem Ding, ey! Juhu hat die Shotgun! Juhu hat die Shotgun! Nein! Ja, ich hab nur ne Diegel gekriegt ... Wer kauft so schnell? Fisk weiß, wo der Friendship ist, glaub ich. Goro hat auch ne Shotgun. Die haben beide ne Shotgun. Ja, und? Einer von euch isst es, macht euch! Ohne Mist! Oh Gott, da liegt grad ... Juli Mann! Juli Mann? Juli ist eine Frau, sag ich. Goro! Das ist nicht wahr! Ich spring hier runter! Geht leider nicht! Ja! Fisk ist es! Fisk! Shit! Och Mann! Lebst du noch da, Lu? Nein! Das klang nicht so! Oh! Das war der Falsche! Oder? Toll, Nephi und Fisk! Bin ich der Letzte? Nein! Okay, ich bin der Letzte, wenn die anderen so lachen! Er trinkt! Er trinkt! Hau ab! Du bist es doch! Ja! Hast doch hier mehr Innos getötet als ich, ey! Einen! Ja, richtig! Hast du noch ein Baby gekauft? Jetzt sind beide da! Ey, eins gegen eins hier! Shit! What?! Fade! Hä, wie bist du gestorben, Fisk? Fade? Weiß ich nicht! Ich hab den Dragon Punch ausgepackt! Du bist ... Du bist gefallen! Ja, genau! Gefallener Krieger! Da hab ich ihn doch erwischt, ey! Aber erst mal mich kam! Yeah, yeah! Ja, sorry! Ich kam halt da raus und ... So, Friendship hab ich wieder gekauft! Ich hab sie nicht bekommen! Fick dich! Ich hab dich gesehen! Au, ich! Au! Ich wurde angeschossen! Vorhin Kunran! Juli schießt! Ja, aber ich bin vergiftet! Ich werde jetzt verrückt! Oh Gott! Lass den Fass! Lass den Fass! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Kunran hab ich schon! Jetzt noch Grunts! Oh, bitte! Oh, sorry! Da ist ne Mitte! Oh, sorry! Da ist ne Mitte! Schalow! 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 Geht nicht! Die geht nicht! Lass den hinten! Doch! Hab ich! I'm working! Der hat doch voll im Kopf! Ich wollte schon sagen! Oh, guck mal! Wie die Kugel durch die Mauer! In den grünen Mann! In den grünen Mann! Alle rennen runter! Ich oben mit der Giftpistole! So, ey! In den grünen Mann! Das war gut! Das kommt in mein Bestof! Jo! Jo! Was war das denn? Ey! Fisk, Alter! Wie schnell kaufst du? Und Grunts! Fisk! Scheiße! Fisk haben wir! Fisk haben wir! Fisk ist tot! Was wir haben, haben wir! Scheiß Waffe, ey! Ey, einer ist vergiftet! Ja! Ist ooooh! Oh! Oh! Das geht schnell! So ne schnelle Eskalationsrunde, ey! Die Scheiß bin ich grad jetzt aber richtig nutzlos, ey! Geht doch! Jetzt hat er mich doch... Schon wie ich das... Was war schon wie ich das... Ich hatte noch den... Das... Ich hab mich hinter dem Haus jetzt... Oh mein Gott! Ah! Ah! Scheiße! Ich bin, glaub ich, am Friendship verreckt! Warte mal... Aber ich hab den voll weit weggeschossen! Aber wir haben voll viele mitgenommen, ey. Hättest du Botz da mal noch mitgenommen, ey. Ja, er ist nicht runtergesprungen. Wir haben direkt mit Nayala runtergesprungen. Nayala? Ey, was soll das? Es ist schon wieder... Juli, Juli, Juli! Nein! Botz hat geschossen. Ich hab geschossen und ich hab nur noch 27, oder was? Ich bin tot, Mitte. Da hat auch jemand geschlübert. Wow! Juli hat's erwischt, glaub ich, oder? Ah, es ist Fiss! Hä? Bei dem Turm! Ja, ich seh ihn, warte! Oh, Alter, er ist tot. Er ist tot, er ist tot! Der Tee-Jer. Der Tee-Jer. Der Tee-Jer. Ach, ist der Tee-Jer tot? Nefi ist dann... Ach, er ist hier runtergefallen. Alle anderen sind tot, die Jungen. Wie jung? Äh, Grants ist tot, ja. Warte mal, hat Grants nicht Fiss gekillt? Nefi hat ihn gemacht. Aber Grants hat auch Fiss gekillt. Nefi und Goro. Juli ist auch tot. Jetzt ist ja wohl klar, ne? Jetzt kann der in der Tat nicht verlieren. Ach, komm, ey! Wie viel HP hast du noch? Lass mich nachladen. Warte, wieso hast du so viel HP, Mann? Lass ihn in Ruhe! Wie viel HP hattest du noch da? Neun. Ah, ja. Und Kunal hat den Hellfball. Hast du das komische Tau-Tau-Item gekauft? Richtig, Tau-Tau-Item. Grüß euch, Leute! Tau-Tau ist nicht hier. Von der Friendship. Ich schieße den Friendship auf eine stehende Juli und sie stirbt dran. So ist es gar nicht weggegangen, hat es sich nur weggelegt. Ich überlege jedes Mal, ob ich überhaupt noch hier und nach hier unten renne. Ja, ich gehe auch manchmal einfach nicht weg. Bin schon öfters reingelaufen. Dann. Grants? So, ich gehe jetzt runter, wenn ihr alle was habt, weil da liegen noch Waffen. Ich hab noch nichts. Ey, du... Nefischies. Nefischies. Ja, weil der Botzer auf andere geschossen hat hier. Auf wen denn bitte? Wurde sich hier von irgendjemandem beschwert? Über einen Schuss? Nein. Wieso, weil derjenige tot ist? Wer ist jetzt gestorben? Da oben. Ne, von unten kam das Ziel. Nevi kam von unten. Goro! Goro hat den Bulldozer! Ihr war ein Dalu. Und? Wer soll dir das glauben? Alle? Alle? Alle ist nicht da. Alle? Alle? Alle mit dabei heute? Ja. Oh ja, ne. Irgendwie. Nefi? Hm. Da ist der andere drei, doch. Ey, doch. Juli, ist es. Nein, ich hab Dalu getötet. Nerviger Typ, ey. Nerviger Typ, ey. Oh, Juli. Juli, Juli! Oh! Du hättest das fast geschafft, ey. Drei HP, ne? Ja, boah. Fisker wär nix mit. Zwölf. Ja, wenn der so eine Verkleidung an hat. Ja, weil der einfach ein Baby rausgeschossen kommt von da unten. In den Turm flog der Ding. In den Turm. 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 Ja, der Sachse sagt das immer so. Granz, warst du dabei, als er uns seine Story da erzählt hat? Ja, mit dem Schlüpper. Mit dem Schlüpper? Ja, mit dem Schlüpper. Schlüpper. Da hat auch ein Schlüpper geschossen. Ein Schlüpper? Im Bett bin ich schon echt Statischer. Es ist Kundran und Juli, weil am Anfang nix passiert. Hallo, ich mach doch immer am Anfang Rambazamba. Rambazamba! 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 Hey, Bots hat mich angeschossen. Komm her! Ja, glaubst du Dalu alles? Ja. Dann Gute Nacht um drei. Ey, um drei kommt Fallout. Um zwei. Glaubst du das, Granz? Oder machst du jetzt Rambazamba? Rambazamba! Dalu ist es, glaube ich. Goro ist es, glaube ich. Aber schon wieder? Wenn du Sonnensprüche machst, Goro. Hä? Mit Rambazamba? Ja. Sowas hast du sonst noch nie gemacht. Rambazamba! Rambazamba die ganze Nacht. Nee, das ist was anderes. Der Traitor wollte gerade den Turm sprengen. Ich habe aber einen Flopper gesoffen. Eskaliert einer. Ich glaube, es ist Dalu Karrd. Dalu Karrd. Glaube ich auch. Dalu Karrd. Karrd. Er ist doch der Oppe. 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 Julie ist es. Hat auch nicht geschossen. Ich habe nur ein bisschen auf ihn geschossen. Nur ein bisschen. Botz da ist es. Er hat einen Sniper. Rhymes. Klappe zu. Nefi. Weiter. Was mit Fisk? Was mit mir? Was mein Kollege? Wo ist der Rest? Boah! Die Bälle! Die Bälle! Nee! Gegenseitig! Ich habe ihn umgebracht. Oh! Hallo! 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 Nur noch du? Nee! Pfff! Wow! What the fuck! Bei mir bin ich ja drauf! Jawoll! Ey, der ist doch geschlichenes Zeitliebe! Ich kann auch nicht durch den Sound schießen, glaube ich. Ich konnte ihn doch nicht an, wie sie... Also mir wird sein Name angezeigt. Ja, das heißt aber nix! Ja, toll! Ich bin da ähnlich! Ja stimmt, der einen tötet man vier Läufe, ey! Deja! Vor allem Koro schleicht er so lange. Ja, ich wurde halt am Anfang random angeschossen. Ich war das. Random? Ja. Random? Wurde auch random von Bots an geschossen. Sie sagen müssen fast schon. Ich war doch Traitor, Juli. Ich war... Dalu geht nach oben, spreng dich! Halt! Frösche, 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 Frösche! Geh weg, Juli! Geh weg! Die Tür hängt! Die Frösche! Die Tür hängt! Die hängt wirklich! Ich hängt jetzt auch! Ja, guck mal, Juli wird schlabuliert. Juli wurde gegessen. Juli ist gegessen. Aber Goro hat sie getötet, ne? Sie wurde nicht von den Turtles getötet. Nee, das wollte ich dem Traitor nicht geben. Juli ist in der Tür eingequetscht worden. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ey! Da kommen sie! Ich bin schon wieder angeschossen. Das war Nephi. Nein! Oh mein Gott, da kommt sie! Aua! Gut, Dalu war das. Dalu war das. Nephi hat jetzt schon zwei Leute random angeschossen. Ne, und drei jetzt. Ja, natürlich! Dalu hat sie sich gerade angeschossen. Goro, willst du? Ich schlag dich tot! Wenn ich Taser roh! Okay, wenn du verfehlst, spockst dich dich! Spockst dich! Spockst dich! Spockst dich dich! Goro ist fast tot! Ich hab hier alles im Visier, ey! Komm, spring auf den Zaun, wenn ich dich draus! Nee, nee! Hau nicht! Der ist das, dachte ich hier unten, ne? Wer? Ich wurde hier schon angeschossen! Wer da? Komm! Ich wurde angesniperd gerade oder so! Komm! Jetzt bist du dran! Oh, nee, nee! Ich hau! Die Spagaos! Die sind doch nur noch wir vier! Spagaos! Nein, da hinten sind noch Filz und Nephi! Die beiden Boys sind so! Nur Juli ist bisher tot, die liegt da! Hallo? Ja, Frösche sind immer noch in der Mitte unterwegs! Hä? Kannst du noch mal ein paar unboxen jetzt? Stopp! Da! Er ist es! Fisk ist es nicht! Au! Fisk ist es! Nicht! Fisk kann es nicht sein! Fisk könnte nämlich keine Schildkröte was zu leidem tun! Oh Gott, ich darf ja nicht in die Mitte! Hier! Ja, da ist auch noch... Wie sind die verschickt? Ja, da muss es ja wirklich Kunran sein, oder? Ne, Fee! Okay! Kann er das überleben? Das Ding war ja dann gegessen, Kunran! Ich habe keine Waffe gefunden! Die Turtles, ey! Keine Waffe mehr da! Can they hear the Turtles? Teenage Mutant Ninja Turtles! Immer auf der... Immer auf der Lauer! Oh! Wieder random angeschossen! Random! Immer etwas schlau! Ich bin im Gefängnis hier immer in! Leute, hier! Der da oben ist es! Der oben bleibt, ist es immer, ja? Da! Hallo ist es! Du, liebe Compton Show! Du Sau! Au! Hey! Ich habe keine Munni mehr! Ich habe keine Munni mehr! Ich habe keine Munni mehr! Oh Gott, ist es wirklich! Leute, ihr müsst... Was? Oh Gott, noch eine stelle Wunde, ey! Ich hatte keine Munni mehr! Der Faszinator! Warum hat denn keiner drauf geschossen? Die Folge heißt... Dalu verprügelt, ey! Das gibt Klicks! Dalu wurde verprügelt! Du musst schreiben... Dalu verprügelt auf der Gamescom! Ja! Mit Gronkh! Mit Gronkh! Von Gronkh! Ist so passiert, ey! Oh, Scheiße! Wieso bin ich in die Mitte gegangen? Lauf, Julie! Au! Die Schildkröten sind wieder los, oder? Ja, ich glaube schon! So ein Botster-Ding ist das aber auch! Nein! Julie ist schon fast tot! Ja, immer ich! Julie, soll ich dich erlösen? Hey! Nein, nicht erlöst! Nein, sie lebt noch! Nefi! Nefi! Hans hat irgendwas gemacht! Woher weißt du das? Nefi! Weil ich hier runtergefallen bin! Achso! Sollen wir Nefi töten? Nein! Es muss Kundran sein, Leute! Es passiert nichts! Kundran und so! Am Anfang wurde nichts gemacht! Julie und Kundran! Nein! Ich bin doch tot! Fast! Ey, wer rennt hier so schnell über den Flur? Ey, Goro! Nicht rennen! Nicht rennen! Rennen verboten! Aber nicht rennen! Oh, sorry! Ich dachte, du hast gesnipern! Ich hab da nur gekippt! Wow! Macht sich nicht gut auf deiner Vita! Sehr gute Ausrede! Ich hab nur einen Schuss gehört und er wollte wieder weggehen! Darf ich dich einmal hauen? Nein! Ey, du schießt aber! Ja! Noch einen Schuss! Wenn du mich haust, dann ist es vorbei! Ja, für dich! Leute, ich glaub, Kundran es ist! Ja, Nefi hat Dalu gekillt! Ja, hab ich auch! Wehe! Ja, ich will einfach nur, dass du halt weißt, wo deine Gerancen sind! Gerancen! Die haben wir schon lange überschritten hier! Leute, Kundran kühlt in Julie! Ich glaub, es ist Fisk! Kundran hat auf Julie geschossen! Kundran ist jetzt Hilfe! Dann hat er nicht gut getroffen! Dann hat er nicht gut getroffen! Ja, ich weiß! Hat er auch nicht, aber er hat es versucht! Ah! Julie ist tot! Jetzt hat er sie gemacht! Das ist Kundran 100 Prozent! Ja, es ist Kundran, aber der ist tot! Der ist weg! Hast du ihn? Du wurdest weggesnipert! Von hinten! Oh, was ist das? Nefi, du! Blitzmärker! Hey! Oh! Oh! Fieses Shade-Snipert! Du wurdest weggesnipert! Ja, hab ich dir doch gesagt! Kann ja sein, dass es dir noch hilft! Aber wusstest du, dass Nefi ... Ach nee, klar! Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei! Bitte an die Polizei! Sie wurden weggesnipert! Nefiers, danke für den Tipp! Feiner her wurde weggesnipert! Juhu! 100 Euro, ey! Schneller kannst du die nicht machen, ey! Was hab ich für eine scheiß Waffe? Ach, hier fahren auch noch Material hinter bei den Türen! Warum kriege ich keine Waffe? Hier liegen keine Waffen drin! Fisk, ey! Au! Shit, ich hab noch drei! Ich hab nur noch drei! Drei was? Wer war das? Nein, du bist gleich in der Tür da eingeklemmt! Ohohoho! Wurde weggesnipert oben rechts im Turm! Von Goro! Ah, Goro! Goro hat sich verraten! Karma! Tja, das ist mal zum Nachteil gewesen! Instant Karma! Ach komm, Chris! Es ist die Juli da! Ah, ey! Andere! Boah! Dalu hattest du... Vorsicht! Dalu ist es! Nein! Du hast doch wohl die Plasma auf Juli! Ja und? Ja und? Ja und? Alter, ey! Dalu ist es! Wer ist es? Wer ist es auch? Er ist runtergesprungen draußen! Ja klar! Runtergesprungen! Ja ist er! Story des Jahres! Der ist da hinter die Mauer gefallen! Story of my life! Story war das Amir-Sniper-Groß! Da ist er! Ah! Hab ihn! Ach, was den Sack, ey! Was heißt denn auch? Was heißt denn auch? Nur noch! Oh! What? Einer weniger! Branden... Oh! Wieso schießt du denn einfach auf mich? Von wo war das jetzt? Weil du es doch warst! Oh geil! Wo hattest du denn dieses dicke Ding her? Wo hattest du denn das dicke Ding? Der hat mein dickes Ding angesammelt! Er hatte nur... Es kam von rechts! Kunran! Es kam von rechts! Hey, warst du es nicht? Nein! Er war immer... Juli! Er stand im Chat! Ja! Das ist manchmal verbuggt! Ey, wer hat direkt auf mich geschossen, Friss? Nein! 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 Ich hab dich ja gefragt, wer! Du hast Fiss gefragt! Ja! Wer hat geschossen, hab ich gefragt! Kitaz hat einer! Nee! Friendship! Keine Ahnung! Friends! Friendship! What the fuck? Ich beweg mich hier nicht mehr weg, bis der weg ist! Ich beweg mich einfach weg! No risk, no fantasy! Warum das jetzt? Du bist so crazy! Leben am Limit! Warum das jetzt? Nefi was? Ich hab nichts gemacht! Ja, nichts gemacht! Nefi hat sich doch überhaupt nicht bewegt! Ja, eben! In Friendship hat Fiss gezündet! Ja, ja! Ey, wieso kann ich die Kaffeetasse hier nicht einsammeln? Wo ist Kaffeebecher okay? Talu meine ich! Auf Fisk! Auf Fisk! Scheiße, ich glaub Goho ist zu tun! Talu will Meeres nur in die Schuhe schieben! Natürlich ist das Nefi! Es ist ja natürlich Nefi! Natürlich! Und es ist noch wer anderes! Fisk! Wieso schießt ihr? Nein, nein, nein! Sorry, sorry, sorry! Scheiße! Wer ist es? Nefi ist ja auch noch hier! Hilfe! Nein, ich hab keine Emotion mehr! Geh weg! Was? Julie, sauber! Mach weiter! Weiter! Einer noch late! Fisk, der dritte Traitor! Oh nein! Ich hätte auch gedacht, dass es Fisk war! Er hat uns geschossen hat die ganze Zeit! Und wie konnte Nefi so lange zwischen uns allen überleben? Ich hab euch noch geboxt die ganze Zeit! Ich hab euch noch geboxt die ganze Zeit! Und Fisk ballert auf mich so! Ich hab immer noch 1000 Karma! Ich hab alles richtig gemacht! Der ist jetzt eng eskaliert hier! Cool! Ich hab die Shotgun nicht gekauft! Ach, scheiße! Ich hab ein Fate gekauft! Ich hab wieder gar nichts kriegt! Ich geh wieder in die Mitte zurück! Ich hab aus Versehen ein Fate gekauft! Das wollte ich nicht! Aus Versehen! Scheiße! Der musst du dich töten jetzt! Der musst du dich töten jetzt! Ja, oder? Tötest dich selbst! Geh in die Mitte! Dann kann der Traitor dich sprengen! Dalu! Obwohl wir dann auch Fate erregeln! Dalu, hast du mich gerade angeschossen? Na ja, wenn der Traitor mich früh genug killt, dann regelt der Fate auch früh genug! Doro verfolgt mich! Der verfolgt die Friends! Blocken! Fisk hat schon wieder die Bombe in Hand gehabt, oder? Ey, go on baby! Go on baby! Go on baby! Jaaaah! Witzig! Sie ist schaff! Sie ist schaff! Leute, Gora hatte ein Baby! Er hat es doch gerade geboren! Geboren! Stimmt das jetzt wirklich Konrad? Ja, hast du doch gehört, oder? Macht er wirklich gar nichts! Wir sterben Leute! Er ist jetzt tot! Irgendeiner wurde mit dem Baby aus dem Knast entlassen! Wer war das? Ich, wegen guter Führung! Mit dem Baby! Wegen des Babys! Wegen des Babys! Er muss sich drum kümmern! Ja! Oh! Das ist ja eine tolle Woche! Dalu, was machst du da? Cyber! Und da ist nochmal so ein Dalu! Hey, ich bin immer nach oben auf dem Turm! Nein! Unten lief gerade ein Damm! Das ist... Juli, lass dir nichts erzählen! Das ist der echte! Der echte! Kunran wollte die Gelegenheit nutzen! Ja, aber das machen wir ja nicht! Wer war's? Goro und? Und ich! Nicht Dalu, ich hab Fade! 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 Letzte Runde Leute! Jetzt geht's! Jetzt nochmal eskalieren am Anfang! Na! Noooo! Ey, sie hat eine John Cena Bomb! Hab sie! Sie hat eine John Cena Bomb! Habe sie! Ich hab sie! Hey! Wer schießt hier? Ah! Julie schießt auf mich! Der hat auf mich angeschossen zuerst! Ich hab auf dich angeschossen. Der hat auf dich angeschossen? Ja? Damit es deutsch richtig los! Soll das nicht besser? Ja doch! Aber die kann ja nicht einfach sagen! Äh, boah, Alter. Warum ist der Blut, Kunan? Warum liegt da Blut? Und Fisk, Fisk geist mich. Der hat mich geist. Das stimmt, Fisk gesessen. Ah, muss er. Und der andere hilft. Ich schieße doch auf Fisk, Mann. Nein, das kaufe ich dir nicht ab, du Bengel. Ach, du Sau. Noch eins, noch eins. Ich habe aber echt auf Fisk geschossen. Ja, mit der Pistel, oder was? Ja, du Bengel. Ich wurde geeist, aber nicht getötet. Hast du schon mal gemacht, heute Abend. Letzte Runde. Jetzt, aber wirklich. Jetzt, aber wirklich, ja. Nein, du schiebst du scheiß auf den Weg. Oh, ey. Oh, wo ist das? Ich wurde runtergetasert. Nein, mit. Scheiß aufs Karma. Ich sterbe. Ich habe Fade. Letzte Runde darf man das. Na, du Sau. Grundran, es ist. Er geht einfach weiter. Nein, ich muss nachladen. Ich bin es nicht. Was? Ich war Traitor. Ist ja alles korrekt, aber trotzdem. Ich wollte auch noch Koro holen, weil der hinter dir geschoppt hat. Koro gewinnt die letzte Runde. Grundran, du wirst einfach an den Bleichen vorbei. Es ist ein bisschen. Nein, nein. 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 Nein, nein.